Ein schöner Französischer Titel hier bei uns im Programm von Radio 700. Der nächste Wunsch, Christel Dietz hat geschrieben. So, jetzt muss ich mich mal beeilen, das ist nämlich ein ziemlich langer Text. Jeder Sonntag, ein Sonntag für die Ohren, mit den Chorkonzerten im Musikpavillon gemünnt. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Mischung von Blas- und Akkordeonmusik über Chor, Big Band und Jazz bis zu modernen Sounds, den ganzen Sommer lang. Am 2. Juni mit Brassanova. Der Open-Air-Sommer am Musikpavillon des Churparks in Gemünd. Die Gemünder Chorkonzerte immer sonntags ab 16 Uhr. Eintritt frei. Spüre das Frühlingserwachen in der Natur. Erlebe einheimische und fremde Wildtiere. Genieße faszinierende Momente mit den Herren der Lüfte. Adler, Bussarde, Falken und Eulen. Jetzt mit vielen Jungtieren im Kinderzoo. Babyluchse, Frischlinge und kleine Esel. Einzigartige Naturmomente für Groß und Klein. Im Wildfreigehege und der Greifvogelstation in Hellental. Mit großem Flugprogramm täglich geöffnet. Auf geht's zum Eupener Tiroler Fest. Heuer vom 2. bis 4. August. Am Samstag ab 14 Uhr Open-Air-Live-Musik mit der Musikkapelle Kössen, dem Trachtenverein Landsturm und Schuhplattlern aus Tirol. Gratis in der Eupener Unterzeit. Auf 20 Uhr Star-Nacht mit dem Globenstorner, Sigrid und Marina sowie Markus Wohlfahrt von den Klostertalern in der East Belgica Event Location. Tickets ab 30 Euro im Vorverkauf. Das Highlight am Sonntag musikalischer Frühschoppen im Eupen Plaza. Das 42. Tiroler Fest vom 2. bis 4. August. Zu Gunsten sozialer Projekte in Ost-Belgien und Tirol. Nix wie hier. Genießen Sie das Lebensgefühl des Landes der grünen Hügel mitten in der Eifel. Zehnte Green Ireland Night mit Irish Folk, Whisky, Irish Food, Coffee Bar and Beer. Leckere irische Spezialitäten und Bekleidung zum Mitnehmen. Live-Musik mit Nina und ihrer Celtic Harp. Irish Folk with Guitar and Famous Voice mit Lysa. Scottish Music made by Runrick mit der Band Bro Terra und Irish Dance mit Bon Roses. Zehnte Green Ireland Night, Samstag, 15. Juni ab 19 Uhr im Bürgerhaus Kallrinnen. Eintritt 9 Euro. Präsentiert von den Machern des Theatervereins Rinnen. Der Frühling ist da. Höchste Zeit für den Bühlinger Frühlingsmarkt. Spaß und Markttreiben für die ganze Familie. Kulinarische Marktstände, Foodtrucks, offene Gaststätten und Bäckereien laufen zum Genießen ein. Auf dem Lokal, die Tief- und Krammarkt finden auch Siegelschläppchen. Und die Bürgermeinschaft Unser Böllingen freut sich auf euren Besuch. Böllinger Frühlingsmarkt. Nur am Sonntag, 2. Juni. Schau mal, unser Nachbar im Pool. Und was der an hat. Es gibt viele gute Gründe, den passenden Zaun zu haben. Grundstücksbegrenzung, Schutz- oder Schmuckzaun aus Holz, Stahl oder Aluminium. Und die passenden Toranlagen gibt's gleich mit dazu. Auch Schiebe oder elektrische Tore. Ihr Zaun. Langlebig, vielseitig und solide. Von der Planung bis zum Montag.